Im Einsatz, teleportieren. Nee, das ist der andere, das ist der andere. Wow! Was? Oh mein Gott, warum wir das ernsthaft machen? Ich geb die andere Seite. Bewerben Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Ich glaub, die haben uns. Ja. Die gehen doch, sind so eine rote. Ja. Ja. Was? Das Gebäude eindringen? Scheiße, wir machen gerade die 20er Mission, ne? Ja, natürlich machen wir die gerade. Da stand ja auch groß da, das hat Diablo auch gesagt. Jaja, da mussten wir durchrennen, wir hätten eigentlich auch woanders... Alles egal, jetzt machen wir die. Ja, jetzt machen wir die 20er. Ok. Klopp, klopp. Hey, Papi! Geile Scheiße, Alter. Kann er denn die Musik einmachen? Oh, die Axt ist so schön hier. Gucke. Willst du nach oben gehen? Ah, ich sehe es auch. Sei du so weit? Schande! Ja. Ich komme gerade nach oben. Ui. Oh. Ja. Was? Der Agent ist verletzt und braucht Hilfe. Geile Scheiße. Ja. Ja. Ich habe versucht. ich habe bloß nicht aufgepasst sobald ein richtiger post kommt dann haben wir ein problem weitere feinde unterwegs wir haben das richter ausgeschossen ich habe Angst im Dunkeln Leute die treffen mich einmal gut ist noch alle ich habe es geschafft und jetzt nächste Welle die geben aber gut EP ne 200 pro Typ warte schnell Munition einsam ein bisschen Sie sind ein Lebensretter ich war sicher dass ich so enden würde wie die anderen ich habe noch etwas war ich noch irgendwo was ja Kameras, Kameras, woher Kameras? Oh, was haben wir mit dem gemacht? Under the, Under the Sea, ne? Ja. Pisten gefunden oder sowas? Ne, ich auch noch nicht. Müsste ja irgendwann ein Boss kommen. So früh schon? Wir müssen schon wieder Treppen hoch. Treppenhaus clear. Das sieht ziemlich schmutzig aus, muss ich sagen. Eine bedrohen. Hier ist ein Rucksack. Einer beim Scheißen. Können wir irgendwas gerne? Nein, wir können durch die Tür durch. Okay. Öffne. Check. Ein Echo. Kann ne richtig gute Party gewesen sein. Die Kerze brennt noch. Oh, die beiden hatten Spaß. Oh, Mensch. Oh, Erja. Erja war VIP oder was? Very interrupted person. Oh, guck mal. Es gab auch was zu essen. Ein Braten. Scheiße. Wir haben ihn in die Beine abgetrennt. Wieder zugenäht. Ne, alle haben ihn nur zusammengebunden. In dem Arsch haben sie ihn in die Füllung reingestopft. Hier ist wohl eine Auffüllkiste. Ja, super. Wozu? Lamm mich überhaupt die Munition ein, wenn ihr an jeder Ecke so eine scheiß Auffüllkiste kommt. Das stimmt doch gar nicht. Ich muss sagen, das ist eine echt schlechte Vorbereitung für die Dark Zone. Da geht man auch immer so aus. Ja, ich brauche eine Kiste. Hier, wo öffnet sich jetzt die Tür? Jetzt kommt wohl eine geile Fahrstuhlmusik. Oh, oh. Oh, ne. Black Screen. Ja, bei mir auch. Agent, die Geisel wird auf dem Dach festgehalten. Sie müssen da aufräumen. Oh, oh. Achso, da hat sie sich geöffnet. Ja, aufräumen. Hier direkt. Hier direkt. Okay, wollen wir? Mhm. Okay. Reloading. Oh. Oh. Warte. Togging Station. Warte, ich überlebe mich selbst wieder, alles gut. Ihr könnt weiter mal. Oh. Ich bräuchte mal F-Taste. F? Okay. Vorsicht. Geht da nicht hoch. Bin down. Komplett down. Haben wir noch F-Taste? Rechts von uns, glaube ich, ne? Ja, rett uns jetzt. Wir sind beide down. Du auch. Ja, wir sind auch gleich down. Scheiße. Blöde Ding steht auch nicht mehr, ne? Ne, das ist kaputt gegangen eben. Hat er kaputt geschossen, der Arsch. Okay, ich geh wieder in den Fahrstuhl. Eine Sekunde noch. Eine Sekunde noch. Oh, Bombe. Wie, eine Sekunde noch. Bin doch da. Ja, ja, alles gut. Ich spawne es da wieder gerade. Ich geh in den Fahrstuhl. Hattest du die auf schwer eingestellt jetzt? Nein. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Wir haben mich nicht aufgepasst. Wir kommen jetzt auch gleich wieder. Kommen wir jetzt auch gleich wieder. Oh. Danke. Danke. Okay, ich bin wieder raus. Oh. Schraubschützer. Komm her, hier. Hey, Lierl. Hält aber nicht schön aus. Geh weg der Granate. Gut, dass ich mit meinem Gewehr nicht durch Holz schießen kann. Zum Glück. So. Loot, Loot. Hier ist ne Lootkiste. Loot, 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 Loot. Hm, hier sind doch noch Gegner. Ja, toll. Ein Schuss, Alter. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Uh. Ja, ich muss auch gleich. Na komm zu mir gekrabbelt hier hin. Jetzt werden. Dogging Station. So, jetzt nimmt euch jeder ein Eis raus aus der Kiste und dann geht's weiter, bitte. Ich hab mich auch gerade gewonshottet, aber ich war schon ein bisschen angekratzt. Wo hast du da eigentlich ne Kiste gesehen, ja? Da hinten. Da hinten. Hier, komm mit. Beim Kühlschrank. Tingo. Ne Covered SRS. Grün leider nur. Ne Covered SRS. Grün leider nur. Da hinten weiß. Ach. Boah, fuck. Oh, wo ist meine Kiste hin? Könnt ihr mal eben zu mir kommen, wo ich euch gerätzt hab? Ja. Ja. Ah, die hält nicht ewig. Die bleibt ja relativ schnell wieder weg. Ja. Wir müssen auf das Licht achten. Wenn er das Licht hat, dann... Ja. Spielt er. Ja. Ja. in Kraft服CI. Down. Dig soooood. Ich dachte, ich muss sterben. Ja, war doch ein easy-Job, oder? Oder müssen wir die jetzt noch runterbringen? Ich möchte gar nicht wissen, was wir jetzt noch machen müssen. Das kannst du jetzt noch nicht gewesen sein, oder? Woher denn er hin? Vielleicht kommt er da. Er rennt zu seinen Kameraden da, Mensch. Oh, scheiße. Ja, ist scheiße. Ruhig. Ich bin bei der Division. Ich bin verletzt, aber ich kann kämpfen. Negativ. Wir machen das. Suchen Sie sich einen sichtigen Ort und bleiben Sie da. Das ist ein Bezähl, Tassen. Ja, Sir. Na, versteck dich, du Pussy. Du hattest da eine Chance. Wir müssen den Typen retten. Oh, Gott. Ich gehe in erhöhte Position ein. Ja, sie muss ich mal kurz wieder herstellen. Ja, du hast ne schöne erhöhte Position, ja. Komm her, hier. Das kannst du vergessen, warum kannst du überhaupt nicht mehr crouchen, oder was ist das richtig? Ne, der hat mich noch mal richtig angehackt. Der Sack. Der hat einfach nur den Kopf unten. Oh, der singelt uns ja schon direkt. Alter, hau nie rein, Junge. Vielleicht doch erst die 16er Mission nehmen? Nein, das schaffen wir schon. Ja, ja. Dann möchte ich aber das auf schwer stellen, wenn denn richtig. Richtig. Das ist ja zu einfach. Ich hab ja schon wieder nicht damit gerechnet, dass ich wieder hier spawne. Ey, guck mal, hier ist auch noch einer von euch. Hoi. Ja, hier sind alle beide von uns. Ach ne, er ist schon verreckt hier. Ich hab über einen Kopfschuss gekriegt. Warte, ich brauch zu ihm hin. Hey, Kollege. Da ist ein Scharfschütze dahinten. Komm schon. Wache auf. Scharfschütze. Kollege. Jetzt hab ich auch einen Kopfschuss gekriegt. Ja, toll. Und wie das aussieht, Alter. Löffelchen. Guck, und da liegt der dritter. Wie ein kleiner Wichser. Du musst sofort wegrennen. Ja. Ja. Nicht du. Ja. Oh oh. Na, ich stehe ja safe. Ah ne, die kommen nochmal. Ich werfe euch unten jetzt direkt diese Box hin. Bei Diablo direkt in die Ecke. Ich halte sie zurück mit ner Granate. Alter, du kriegst einen Schuss, aber du bist schon so gut getot. Ja, der Boss ist gleich mit dabei, ne. Boah, ficken wir euch. So werde ich jetzt hier. Ihr retzt euch das Ding? Du musst dich selber retzen. Wann mach ich das? F drücken. Während du an dem Teil bist. Hey, ist weg. Wir haben alle von... Okay. F drücken. Please, drücken Sie F. Rheu sieht das ja auch nicht ein. Ne. Doch jetzt. Ja, ich hab da auch bisschen was anderes zu tun. Ich bin tot. Ja, ich weiß nicht. Das ist zu heftig, das kannst du knicken, ey. Nee. Ich würde Kissen in die Luft auf droben. Geht schon. Der Häuptling ist sofort da. Was willst du denn da machen? Ja. 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 Ich erledere mal die ganzen kleinen Fusel-Männern daneben aus. Thank you very much. I will try to heal us. Er ist tot. Boah. Was macht denn der jetzt hier hinten? Bleib da vorne. Ja, zwei Schüsse, Alter. Und die Fenster rumgetroffen. Ja, nee. Ist klar. Jetzt nicht umsonst Level 20. Von... Oh, meine Beine wurden komplett zertrümmert. Komm, war da jetzt wohl auch raus? Kommen die von links oder von wo kommen die? Die kommen von vorne. Links und rechts. Da ist der Dicke. Okay, ich hab dir ne Fahrstuhl. Widerholen. Ja, nachdem Diablo mich wieder geholt hat. Ich werf die in die Kiste hin. Warte. Oh. Ja, vielleicht können die ihn von da aus. Im Schach halten oder so. Das bringt euch die Kiste natürlich nicht viel. Das wäre ganz schön blöd hingeworfen. Modi. Ganz ehrlich. Wegen dir bin ich auch gestorben, weil du hast mich mit der Kiste getötet. Ich bin das Häuptling. Häuptling stinkende Socke. Und auch gleich wieder bei euch? Keine Granaten mehr. Oh. Ich bin wie hinten gespawnt. Ja dann, mach dir den Kleinkram weg. Oh, Diablo. Ich kümmere mich erstmal um die Scharfschützen. Ich bräuchte kurz ein bisschen. Danke. Einen Scharfschutz neu hab ich schon. Toll, jetzt gucken sie auf mich. Ich glaube er kommt wieder zu uns, oder? Ja. Oh, er schießt auf mich. Oh, er schießt hier auf mich. Er lädt nach. Er ist alleine. Boah, was ist das denn? Er geht auf mich. Einen Schuss nach hinten, oder was? Ganz schön, ich bin tot. Hinter dir. Okay. Oder ist hier noch ein Dings? Einer näher. Ich hab keinen Scanner. Oh, pass auf. Er dreht sich zu uns. Boah, alter. Boah, alter. Er ist gleich down. Seine Panzerung ist gleich weg. Der umläuft dich. Ja, so. Ich versteck mich. Schön fleißig, alter. Fick dich, Junge. Panzen. Wo rennt er denn jetzt hin? Alter. Original, ich hab's gesehen. Ein Schuss nach hinten. Turbo-Drehung nach hinten und sofort. Fast down. Ich versuche ein paar Headys zu verteilen. Oh, ich brauch Diablo. Wo kommst du mir? Nee, alles gut, Diablo steht direkt hier. Okay. Nice, let's down. Der Rucksack ist explodiert. Ja, ich hab auch mal hinten auf seinen Stuhl einen Rucksack geballert. Kein Drop? Kein Drop. Ich dachte schon, weil ich tot war. Ja, das war erst die Vorrunde. Achso, ich dachte wir sind fertig. Nee. Ich geh jetzt hier weiter. Warum steht denn da Todespunkt? Ja, weil du da gestorben bist. Sterbeort. Kommt rein. Oh, unser Typ ist aber auch schon ganz gut analysiert hier. Der nimmt ja auch keine Deckung. Steht da eiskalt mit seiner Handfeuerwaffe und macht einen auf Rambo hier. Hätten wir den nicht mitnehmen müssen? Ja. Nein. Nein. Okay. Geht jetzt rum und sagt, ihr kennt keine Gnade. Ja. Oh, die Mocke ist geil. Es ist Mission gescheitert. Ihr hättet die mitnehmen müssen. Hinter uns ist er übrigens offen. Oh. Wartet, 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 wartet. Ne, ist nur eine Munitionsbox. Also hier passiert schon was. Äh, noch nichts. Ja, aber gleich. Ey, was ist das für Mocke oder hört die die nicht? Doch. Ja, doch. Bei der Ghetto Blaster. Oh. Was? Oh. Auf dem Fleisch. Und dahinter sind Gegner. Oh, ja. Wo ist hier ne Kiste? Links. Sechs Gegner. Ach, hier. Wir sind auf dem Konzert. Deswegen. Oh, oh. Wir müssen die Tür verteidigen, wa? Ja. Warte mit den Granaten. Bisschen nachlassen. Ich hab keine Granaten. Warum hat er keine Granaten aus der Kiste genommen? Oh. Du hast das Zielvisier drauf, deswegen guckst du die ganze Zeit durchgehend durch. Hilfe. Hilfe. Die kommen durch. Ja. Hinder. Ja, wäre schön, wenn mal einer F drückt hier, aber... Darf ich vielleicht erstmal selber überleben? Ja, irgendwann müssen die ja auch noch ein bisschen kämpfen. Da ist der Nächste. Oh, Alter, ist nicht euer Ärmel. Der Team braucht sofortige Hilfe. Drück F, Diablo. Ja, mach ich ja. Aber da kommt schon der noch. Leck. Weitere Feinde unterwegs. Weitere Feinde. Habt ihr gehört? Das ist echt toll. Ja, toll. Wer macht denn da mal... Bitte, Granate. Mein Teil kaputt. Der Nächste kommt, die Weiten. Und tot. Headshot. Kann ich mich selber auch wiederbeleben? Nee. Nein, die hat's nicht mehr. Er ist komplett tot gegangen. Da kann er das nicht mehr. Ich brauche Granaten. Geht nicht anders. Ich brauche Granaten. Was ist denn? Was willst du hier? Was ist denn der Nächste? Bei mir? Das ist für mich nicht mehr. Der Nächste. Ja, es ist für mich das Spiel. Und was bin ich? Du bist am Crouchen. Was ist das für mich? Oder bist du noch da? Hast du denn nichts, um dich zu heilen? Doch. Ja, die gehen wieder ein Stück zurück. Halt ein bisschen durch. Wir kommen wahrscheinlich eh mitten im Raum rein. Alter! Ich hab mich erschrocken. Das nennt man Atmen, du Hirn-Akropat. Ja, ja, ja. Ach, ich sag zum Quatsch. Was stehen die denn im Gangen? Die Synchronen, die alle drei gerade nachgeladen haben. Wollen wir noch 10? 17. Toll, ne Haftbombe, Alter. Hä? Oh, geht das auf den Sack? Pick dich! Da kommt in der Pupwohne rein. Ganni! Komm um ne Ecke! Kann ich aber noch raus? Jo! Scheiße, du liegst so weit draußen, dass ich dich nicht mal retten kann? Pass auf, der kommt rückwärts zu dir. Wie die nachladen, Alter. Du hast mich wiederbelebt. Und ich bin direkt wieder am Arschkacken. Ja, du musst reinkrabbeln. Ja, der so schnell kann... Ich kann mich nicht sofort bewegen. Der ist tot, der eine. Daniel? Warum Daniel? Der eine. Achso, der eine. Danke. Ja, das läuft doch. Ich denke, so haben die sich das doch gedacht. Wieder keine Drops. Irgendwie nicht. Er war ja nur ein Lila, und das geht hier noch weiter, ne? Ja, das waren erst die normalen. Jetzt kommen erst die harten. Hier ist noch ein Medipack. Im Raum. Ich hab die dreckige Buchkopf gehört. Habt ihr hier mal an die Seite geguckt? Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Da geht's noch. Komm. Ja. Wir alle auf ihr Signal stürmen. Wo seid ihr denn jetzt hin, ey? Wieder rum. Bucke, man. Wieder auffüllen. Hä, warum können wir denn hier lang... Oh, die sind hier! Huch! Was machen wir jetzt mit die? Na ja, wir lachen sie erst mal aus und dann fahren wir den Tags nach Hause. Hä. Yo, ich bin fast down. Aber wir kriegen ihn erst sofort hier. Ja. Ich muss zu einem von euch kommen. Leo, räum mal nicht weg. Hm. Hm. Wo ist Diablo? Unter und sowas. Ja, der ist unten. Der... Der Tänzchen. Diablo, kommst du kurz hoch? Oh nein, Gott, die hat's nicht geschafft. Boah, Alter. Na, jetzt kommt der auch angekrabbelt. Hilf mir! Ich renne extra zu ihm runter. Hilf mir! Ja. Durchbrach! Na los! Bewegung! Los, los, los! Ich hab nicht Zimmer, ich bin noch hinten. Ich komme jetzt erst hoch. Ja. Die kann ich schrotze ihre blöden Granaten noch nicht einsetzen, wenn wir so nah dran sind, nehme ich an. Ich werde euch schweine fluten lassen. Der Spacken kommt hoch. Wir müssen uns hier verschieben. Schmerzen ohne Ende für euch, das macht mich stark. Links vor dir, Diablo. Links vor dir, Diablo. Ja, er trifft mich, ey. Pass auf, Leo. Drück mal F eben schnell. Ja, ja. Danke. Die gehen in Deckung. Boah. Oh Mann, der geht nicht da. Versteht ihr das? Der lebt nach. Der lebt nach. Jetzt schießen. Wenn umsingelt. Hinter uns kommt auch einer. Müssen wir hinten auf den Rucksack ballern. Oh. Ich bin kaputt runtergefallen. Könnt ihr die Treppen runterkommen, Diablo? Hier vorne. Ich geh jetzt. Der gelbe steht hier. Ich holt die ganze Zeit auf seine blöde Tasche. Aber da kommt ja schon der Zrobote. Ich komm hier nicht über die Türkante, äh, Treppenkante. Das hat er mich umgebracht. Oh, Leo ist am Arsch. Ich nicht. Danke. Ich werde euch Schweine blöden lassen. Granate. Oh. Er hat sich besser. Geben macht doch nicht so ne dummen Manöver da. Er hat gerade nach vorne geguckt, dich auf seinen Rucksack geschlossen. Dann hat er sich einmal kurz umgedreht und das wars. Oh, oh. Er kommt hier runter. Ihn jetzt von hinten beballern. Ja, nice, 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 nice. Jetzt geht seine Panzerung runter. Warte, Ganni kann ich wiederholen. Jetzt wo sein Rucksack kaputt ist, ist seine Panzerung down. Er kommt hoch, er kommt hoch. Du musst weg, du musst weg. Ja, ganz ruhig. Ich werde euch Schweine blöden lassen. Ich werde euch schweine blöden lassen. Ja, dieser rote kleine Kasten auf dem Rucksack. Guck, ist der behindert? Der geht tatsächlich rein. Kann ich einen noch wiederholen? Ich versuch's. Gleich. Woher erhöhen wir unsere Chancen? Ich hab ihn gleich. Ach, ist doch zum Kotzen. Die Alte hat ne Granate geschmissen. Ich bin tot. Naja, überraschend tut's mich jetzt nicht, ne? Alter, du kannst nicht mal rechtzeitig aus diesem Radius rausspringen. Ja. Ja. Gestorben bei der Rettung von Diablo. Der will nicht umfallen, der Typ, ne? Jetzt. Jo, jetzt lädt's bei mir. Ja. Keine Erfahrung gekriegt, weil wir bitte tot waren. Ne, jetzt kommt Lee Barrett. Geht noch weiter. Ach du Scheiße. Äh, mach ich mal eben, ne? Na, kein Problem. Wir sind noch da. Wir sind wieder da, sagen wir so. Wieder da, ja. Ach se, jetzt. Oh, oh ne. Jetzt kommen hier wieder neue Feinde. Ja. Oh. Es ist doch zum Kotzen. Fick dich doch ins Knie, ey. Diable. Oh, fuck. Ja, du liegst da so offen, alter. Ich lieg nicht offen. Ich lieg, hab ja hinter dem Dingens gestanden. Hinter diesem Brett. Der andere Polizist neben mir hier, der lebt ja noch. Nein! Alles gut, ich hol dich noch. Von hinten kommt einer hier. Kann mal einer raus hier. Boah. Ich wurde verwundet. Geh um der Ecke. Einer muss so schnell wie möglich mal zu mir kommen. Okay. Kann nicht. Muss wiederbelebt werden. Muss... Wo bist du? Ich bin hier hinten auf der anderen Seite. Auf der... Da, wo wir diesen fetten... Die beiden fetten Typen gekillt haben. Okay, ich versuche durchzulaufen. Jupp. Jupp. Okay, ich seh dich. Nicht in blöden Granatwerfer, alter. Oh, sie rennt jetzt in deine Richtung und so. Aber sie zielt, glaube ich, auch gar nicht. Jupp, danke. Hat die auch wieder so'n scheiß Rucksack oder so'n Kack? Weiß es nicht. Nice. Brenn Schlampe, brenn Junge. Die schießt auf gar nicht. Ja. Hab ich gedacht. Sieht ja jetzt im Glück nicht so viel aus wie... Mann. Kann ich mal einen von euch nehmen? Ja, hin und wieder schießt doch mal meine Richtung. Okay, superiority. Okay. Vielen Dank. Pilate cassata. Oh, was nicht wirklich? Bo craig. Oh,who should ich British? Was? Ja, schon. Sie kriegen Verstärkung. Von? Von meiner Position wahrscheinlich. Also unten. Pass auf, Diablo. Wo bleibt jetzt ihre Verstärkung? Die ist unten. Bei ihr. Die ist zu mir hochgekommen, die Verstärkung. Gibt's noch? Ja. Ah, er kommt jetzt auf mich zu. Ah, er rennt wieder weg. Ja, hinter uns, Diablo. Reden wieder runter. Beiden habe ich. Da kommt einer auf meiner Seite. Noch einer weg. Oh, die alte kommt hoch. Wo? Bei mir, äh, bei der anderen Seite hoch. Fuck. Ich hab' keine Funktion mehr von meinem Scharfschiff hingewerden. Oh, warte, warte. Ich kann mich selbst aufstellen. Ich kann mich selbst aufstellen. Und sie schießt auf euch. Und sie schießt auf euch. Oh! Es wird doch die blöde Kiste hingestellt. Du renn wieder runter. Nein, die Kiste ist verschwunden. Diablo, kannst du mich mal bitte wieder aufstellen? Oh, am blödesten Zeitpunkt verschwindet die da blödig. Jo, dank dir. Die hat ja nicht nur ein Granatier, sie hat ja auch ein MG. Das hab' ich gar nicht gewusst. Aber am liebsten schießt sie mit dem Granatier. Ja, weißt du, sie schaut nicht mal in meine Richtung. Und dann fliegen die Granaten schon. Aber ihre Panzerung ist left-down. Jetzt wird's zu sauer. Jetzt wird's jetzt ab oder was? Jo, ist das los. What the fuck, Joga? Ja, sie haben ihnen das Rückgrat gebrochen. Ohne Anführer wird der Rest zerfallen. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Ja. Uh. Untertitelung des ZDF, 2020